Und damit herzlich willkommen zu Dispatch. Wir sind heute ein Polizeiofficer im Telefondienst und wir müssen Anrufe entgegennehmen und den Leuten helfen. Oder auch nicht. Mal gucken. Unser Passwort. Käse Katze. Schleppsucker. Achso, ich muss ans Telefon. Wie ich gesagt habe, niemand schläft dich für das. Jetzt, bleib einfach nicht in die Nacht wieder und fülle die Informationen an deinen Telefonen, okay? Ich hoffe, ihr fühlt sich bald besser. Ich werde in Kontakt bleiben. Wir sollen die Informationen ausfüllen. Er hat gemerkt, dass wir das in letzter Zeit nicht machen. Es ist etwas vorgefallen, wofür wir uns anscheinend die Schuld geben. Aber wir sind nicht daran schuld. Okay. Wir brauchen einen Krankenwagen. Schnell! Beruhigen Sie sich und sagen Sie mir, was passiert ist. Er wird sterben. Oh Gott, wie konnte ich das so zulassen? Wer wird sterben? Gus. Was ist mit ihm passiert? Er hat ein ganzes Snickers-Riegel gegessen. Ist er allergisch auf Nüsse? Also, nein, aber Hunde sollten keine Schokolade essen. Ihm wird es bald besser. Ihm wird es schon gut gehen. Rufen Sie eine Tierklinik an. Okay. Äh. Severity minor. Also, niedrig. Äh, was ist passiert? Der Hund ist Snickers. Okay. Hund ist Snickers. Na, endlich. Ich habe schon gedacht, dass ich niemals eine Antwort kriege. Das ist 911. Was ist Ihr Notfall? Das war jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung. Was ist Ihr Notfall? Ich wurde gezwungen, den Laden zu verlassen. Es ist drei Uhr morgens, Ma'am. Wir haben geschlossen. Ich bin ein zahlender Kunde. Sie können mich nicht zwingen, den Laden zu verlassen. Äh, bitte verlassen Sie das Gelände sofort. Wie können Sie es wagen? Sie hören sich genau an wie mein Ex-Mann. Ich kann Ihnen nicht helfen. Also, bitte verlassen Sie einfach das Grundstück. Nutzlos. Ich werde deinen Manager anrufen. Als allererstes am Morgen. Schön, dass ich Ihnen helfen konnte. Äh, äh. Karen. Mir gefällt das Spiel. Ich finde es super. Hi, Soliati. Karen. Ja? Okay. Nichts. 911, was ist Ihr Notfall? Hallo. Irgendjemand versucht, in mein Haus einzubrechen. Okay. Was ist Ihre Adresse? 54 Raymond Street. Okay, warte. Äh. Äh. Major. 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 Break in. Wissen Sie, wer es ist? Es muss mein Ex-Mann sein. Was tut er? Er hat auf die Fenster gebeten. Er hat auf die Fenster gebeten. Er ist nicht hier zu sein. Falsch. Raymond Street ist falsch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das richtig sein muss. Raymond Street. Äh. Er hämmert an die Fenster und ruft mich. Er sollte gar nicht hier sein. Warum versucht er einzubrechen? Er möchte unsere Tochter sehen. Er sollte eigentlich schon vor ein paar Tagen hier sein, aber er ist nicht gekommen. Was hat er vergessen? Ähm. Sophie, sie ist unsere Tochter. Sie lebt mit mir und er darf sie besuchen. Ich verstehe. Ich sende Ihnen eine Einheit, die helfen wird. Ach, die hat mir Halloween. Was? Er ist eingebrochen. Sagen Sie, äh, der Streif wird, dass Sie sich beeilen sollen. Ähm. Eine Streif ist auf dem Weg. Bleiben Sie ruhig. Wie lange werden Sie brauchen? Was? Was war das? Ähm. Ich werde nicht lügen. Es wird einige Zeit brauchen. Sie müssen ihn wahrscheinlich konfrontieren. Ich werde das Telefon jetzt meiner Tochter geben und versuchen, mit ihm zu reden. Äh. Aber wenn er aggressiv ist, gehen Sie zu Ihrer Tochter. Er wird nicht aufhören, bis er sie gefunden hat. Stellen Sie einfach sicher, dass er sie nicht findet. Hi. Bist du okay? 8908. Ja, meine Mama hat gesagt, ich soll mit dir reden. Was, was geht hier vor sich? Du musst da bleiben, wo du gerade bist. Deine Mutter wird mit deinem Vater reden. Mein Vater ist hier. Er sagte, er würde letzte Woche kommen. Aber er hat es nicht. Mein Vater ist hier. Er hat gesagt, dass er letzte Woche kommen wollte. Aber er ist nicht gekommen. Ja, scheiße. Was sag ich denn jetzt? Vielleicht hat er es vergessen. Aber er kann dich jetzt nicht sehen. Oder weißt du, warum er dich vergessen hat? Ne, ich nehme die 1. Spielen sie verstecken. Ja, deine Mutter hat gerade angefangen, nach ihm zu suchen. Oder nein, sie werden... Sie sind woanders hingegangen, um zu spielen. Das zweite. Nein, sie schreien schon wieder. Dein Vater muss deiner Mutter zuhören. Oder? Es ist okay. Wo bist du gerade im Haus? Ähm... Ja, ich frage lieber, wo sie ist. Ich bin unten im Wohnzimmer. Okay. Wo sind deine Eltern? Sie zerbrechen gerade Dinge in der Küche. Kannst du sie aufhalten? Oh Gott. Äh, können wir, aber du musst hochgehen. Oder ich kann es versuchen, aber du musst dich verstecken. Zwei. Sie muss sich verstecken. Okay. Ich werde an ihnen vorbeirennen und in mein Zimmer laufen. Sophie! Komm her, du! Stopp it! Stopp it! Let's her go! Warum fahren die denn nicht? Fahrt! Was? Get the hell off me! Meow! Oh Jesus! Meow! Was? Da hinten steht Feigling am Whiteboard. Ist das deine Schuld? Was? Ich bin noch am Telefon. Hallo? Bist du noch da? Was mache ich denn jetzt? Quart, warum fahren die denn nicht weiter? Wait. Wait, what? Äh, was war das für ein Geräusch? Äh, nee. Sophie, bist du okay? Sophie, wo bist du? Habt ihr das gesehen? Stand fast an der Tür. Was war das? Ähm. Hat dein Vater deine Mutter verletzt? Ja. Er hat sie geschubst. Und jetzt blutet sie. Wo bist du jetzt? Ich bin oben in meinem Raum. Ich kann ihn hören, wie er Dinge zerbricht. Äh, kannst du dich irgendwo in deinem Raum verstecken? Hey, Cookie. Mein Kleiderschrank. Ich kann mich darin verstecken. Okay, Hilfe wird bald da sein. Was tut er? Ich kann Rauch riechen? What? Du kannst Rauch riechen? Seht ihr die Tür? Seht ihr die Tür? Seht ihr die Tür? Es brennt. Hinter der Tür. Äh, ich glaube, er ist oben. Bleib ruhig und beweg dich nicht. Okay, ich höre jetzt auf. Zu... Reden. Sophie, bist du hier? Sie sind gleich da. Es tut mir leid. Bitte komm raus. Ich bin hier. Wir müssen, wir müssen gehen. Glaubst du, er ist weg? Der Rauch wird langsam richtig schlimm. Ähm, ich glaube, ihm geht es gut. Kannst du die Sirenen hören? Ja, ja, ja. Ich kann sie draußen hören. Ja, bitte, bitte, geh um sie zu helfen. Okay, also sie brauchen ganz dringend die Feuerwehr. Boah, ich habe überall Gänsehaut, Alter. Das Kind ist drinnen gefangen. Wie schlimm ist das Feuer? Es ist ziemlich schrecklich. Sieht so aus, als wäre es im ersten Stock, äh, gestartet worden. Wo ist das Kind? Sie ist im zweiten Stock. Wir sollten rein und raus. Direkt, äh, also... Wir sollten es rein und raus schaffen. Aber in welchem Raum ist sie? Sophie. Du musst das Fenster öffnen. Oder, Sophie, du musst dein Zimmer verlassen und nach Hilfe rufen. Aber wenn sie das Fenster aufmacht, dann wird das Feuer nur schlimmer. Sie ruft nach Hilfe. Nein, da ist zu viel Rauch. Sag ihnen, dass sie kommen sollen und mich finden sollen. Wenn du schreist, werden sie dich einfacher finden können und dich holen. Bitte vertrau mir. Wird sie es tun? Das Feuer wird immer schlimmer. Ich versuche es, aber sie hat Angst. Wir müssen es versuchen. Sag der, äh, sagt der Feuerwehr, sie soll sich beeilen. Oh, warum sagst du ihnen denn jetzt, dass sie nicht reingehen sollen? Nummer eins. Ich glaube nicht, dass ihr reingehen solltet. Es hört sich zu gefährlich an. Oder Nummer zwei. Nein, wartet auf sie. Sie sollten bald da sein. Das ist beides kacke. Scheißegal, was ich sage. Ich sag das zweite. Sie sollten bald da sein. Ach, danke schön. Wir haben keine... Zeit. Was? Wir müssen... Rede mit mir, Kind. Wir... Du musst uns helfen. Wir schaffen es nicht. Wir müssen hier raus. Ich bin tot. Hätten wir sie retten können? Hätten wir sie retten können? Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass wir sie retten. Ich sag wieder das zweite. Ich kann sie von außen hören. Ja, bitte, 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 um Hilfe zu helfen. Aber jetzt kann... Jetzt ist das Feuer nicht im Zimmer. Zu 100% nicht. Okay. Drück die Daumen. Oh ja. Ähm... Das Kind ist oben in ihrem Raum. Sie hat die Tür blockiert. Fenster. Fenster. Geh zum Fenster. Sie werden dann rausfinden, wo du bist. Bitte vertrau mir. Ja, der Rauch kann ja unter der Tür lang kommen, ne? Okay. Okay. Ich werde es machen. Ich sehe sie. Bleib da, Kind. Wir kommen. Komm her, Kind. Ich habe dich. Es ist okay. Wir kommen aus. Wir kommen aus. Was? Das war ein gutes Spiel. Das war... Uiuiui. Das war ein gutes Spiel.